Zwei Restaurants zu vereinen erfordert viel Energie und Durchhaltevermögen. Es gibt einen Menschen, der mehr über diese Dinge weiß als sonst jemand. Ihr kennt ihn vielleicht als Iron Man. Hier kommt eine Legende, Harold Whitton Jr. Ich wollte jemand Besonderes und besser geht es nicht. Zuerst Glückwunsch zum Jubiläum. Vor 25 Jahren habt ihr den Rekord für die meisten Siege in Folge aufgestellt. Das heißt nur, dass ich alt bin. Du kennst dich mit den positiven Effekten aus, wenn man Leute zusammenbringt. Kannst du uns Tipps geben, wie man ein Team zusammenschweißt?